Jetzt mal ehrlich und unter uns. Eure Vorbereitungen abgeschlossen? Für was? Für die Fußball-EM. Fanschall gebügelt, Trikot rausgelegt, wunderbar. Auch hier in Lohne auf der Fanmeile am Rixheimer Platz laufen die letzten Vorbereitungen. Was neu ist und auf was ihr euch freuen könnt, das sagt uns jetzt Frank Fulupp. Wie ist das Gefühl so, wenn man hier steht? Die Anspannung steigt, es kribbelt von Tag zu Tag. Man sieht ja von Tag zu Tag, wie die Fanmeile sich aufbaut und wir sind ja zu dritt in dem Veranstaltungsteam mit Ludger Menke und Heinz Hilbert zusammen und jeder ist halt für sein Fachgebiet dann halt zuständig. Und jetzt sind gerade die Jungs von Roson dabei, die ganze Technik quasi zu installieren, die Traverse stehen, die Wand wird gleich installiert und ja, es ist nicht mehr lange bis Sonntag, ne? Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Die Fans warten schon drauf und viele fragen sich, was gibt es für Neuerungen dieses Jahr? Was erwartet mich? Besucher und Fans kommen aus nah und fern.